Schwören Sie die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre. Ich bin Sean. Hi Sean. Und ich bin Kleptomanin. Wir haben heute viele neue Gesichter hier. Bitte erzählt etwas von euch. Kennt ihr zwei euch? Nein. Oh hey, die hier sollte man lieber im Auge behalten. Wer klaut den besten Scheiß in der kürzesten Zeit? Gut. Es gibt drei Grundregeln für Ladendiebstahl. Und Leute, mach das bloß nicht nach. Nummer eins, sei unsichtbar. Ich verstehe einfach nicht, wie das so enden konnte. Das Leben ist deprimierend. Klaust du deswegen? Zwei, spiel nur mit Leuten, denen du vertraust. Ich fühle mich einfach so alleine hier. Wer nicht? Alles wird gut. Und drei, was du auch tust. Lass dich nicht erwischen. Komm mal mit. Heilige Scheiße. Und wir drei sind wirklich füreinander bestimmt. Wie geil. Elodie, du hast ein echtes Problem. Der einzige Grund, der eine Sache wertvoll macht, ist, dass man sie mit jemandem teilen kann. Das fühlt sich gut an, unsere Wahrheit ins Universum zu lassen. Wieso will ich nach diesen Meetings noch viel mehr stehlen? Das dauert eben, Mama. Derzeittofhemeniver. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 기로